Unser Sohn heißt Tomo, er ist 2011 geboren und nach einer zunächst unauffälligen Entwicklung fiel uns im Kleinkindalter auf, dass er immer mehr in seine Beschäftigung vertieft zu sein schien, dass er auf Ansprache oft gar nicht reagierte. Im weiteren Verlauf hat sich dann auch sein Verhalten immer mehr verändert. Er hat sich immer mehr isoliert, hat ganz alleine gespielt, wenig Kontakt zu mir gesucht und auch zu anderen Kindern. Wir hatten dann den Kontakt zu verschiedenen Ärzten gesucht, einmal zu unserem Kinderarzt, mussten aber dann doch erkennen, dass viele Ärzte doch so ein bisschen zögerlich waren bei der Entscheidung, ob man eine weitere Diagnostik machen soll. Die Frage war letztlich, wie können wir Tomo gut fördern? Uns war klar, dass Autismus eine Erkrankung ist, die man per se nicht heilen kann, aber uns war natürlich wichtig, dass Tomo optimal gefördert wird und bei unseren Recherchen trafen wir letztlich auf das Prinzip der autismusspezifischen Verhaltenstherapie und auf das Institut für Autismusforschung in Bremen. Ich habe zunächst mit dem Institut für Autismusforschung in Bremen telefonisch Kontakt aufgenommen und die Symptome unseres Sohnes geschildert. Dann wurde mir zunächst eine Hamburger Praxis für die Diagnosestellung empfohlen, da in Bremen nur eine therapeutische Begleitung durchgeführt wird und nachdem die Diagnose feststand, konnten wir uns dann für eine Autismustherapie in Bremen bewerben. Wir haben ein ganz spezielles Konzept, wie wir versuchen, die Eltern zu trainieren, mit ihrem Kind therapeutisch zu arbeiten, und zwar 30 Stunden in der Woche, eine sehr, sehr hohe Anzahl. Sie werden dabei unterstützt von einem Team von jeweils vier studentischen Co-Therapeuten, die von uns ausgebildet werden. Das Prinzip basiert ja letztlich auf einer hochintensiven Therapie mit vielen Wochenstunden, bei der im Grunde ein auf das Kind maßgestaltetes Lernprogramm erarbeitet wird. Der gesamte Tagesablauf wird durch dieses Programm bestimmt. Deshalb findet es auch, weil es ganz wichtig ist, ein weiteres Kriterium im Haus der Eltern statt. Also ich war die Teamleiterin unseres therapeutischen Teams, das alle zwei Wochen Teamtreffen geleitet hat, in dem eben die Lernfortschritte besprochen wurden. Ich fand es sehr, sehr faszinierend, wie schnell das mit der Sprache ging, dass da scheinbar so ein Anreiz bei ihm geschaffen wurde, dass er alles, was gesagt wurde, aufgenommen hat. Dass es angefangen hat wirklich mit kleinen Lernschritten. Wir haben einzelne Wörter gelernt, wir haben einzelne Dinge benannt und kurze Redewendungen benutzt. Und daraus hat sich ganz, ganz schnell was entwickelt, dass er selber auch im Alltag eben durch die Gegend gelaufen ist und Dinge benannt hat, danach gefragt hat, wie nennt man das, wie heißt das, was ist das hier. Ich glaube, am wichtigsten war tatsächlich zu Beginn der Therapie dass er überhaupt lernt, dass Interaktion etwas Wertvolles ist. Und daran haben wir am Anfang extrem lang und extrem viel gearbeitet, dass er Blickkontakt hält, dass er überhaupt die Aufmerksamkeit auf sein Gegenüber richtet, dass er es schafft, Wünsche und Gedanken zu verbalisieren und damit eben auch die Möglichkeit sieht, das erfüllt zu bekommen, was er gerne möchte. Bevor Tomo die Therapie angefangen hat, war er zurückgezogen, kam wenig auf Menschen zu, hatte wenig interagiert. Nach der Therapie hat sich das deutlich gewandelt. Also er geht fröhlich auf Menschen zu, liebt es mit Menschen zu interagieren, hat viele Sachen gelernt, auch Imitationen, beispielsweise Sachen nachzumachen, auch Aufforderungen zu befolgen. Also die autismospezifische Verhaltenstherapie des IFA hebt sich einfach durch das hochintensive Programm letztlich ab von den übrigen Angeboten, die man ansonsten erhält. Denn ob das Kind jetzt drei Wochenstunden oder 20 Wochenstunden erhält im Rahmen der Verhaltenstherapie, das macht doch einen deutlichen Unterschied. Elias ist ein sehr lebhaftes Kind und zu dem Zeitpunkt war er sehr schwer zu handeln. Also er war sehr lebhaft und aufgedreht. Er schwirrte umher und war dabei, Lichtschalter an- und auszuschalten und hat sich verfangen in autistisch-stereotype Verhaltensweisen. Und er war also schwer im Kontakt, also schwer zugänglich auch. Wir haben von dem Frühförderprogramm gelesen, von dieser Intensivfördermaßnahme, und waren sehr beeindruckt und dachten, das ist genau das Richtige für unseren Wohnen und haben uns beworben. Ja, Elias kam zu uns ins Institut für Autismusforschung, war da etwa viereinhalb Jahre alt, dominierte durch ein ganz starkes Fehlverhalten. Also er krabbelte quasi durchgehend durch den Raum, fasste in Steckdosen, betätigte Lichtschalter. Wir waren kaum in der Lage, mit ihm irgendetwas zu machen, weil er sofort Dinge vom Tisch schmiss oder zerriss. Kein Material blieb, sozusagen erst mal heil. Wir haben dann vor allem in der Intensivtherapie in den acht Monaten erreichen können, dass dieses Fehlverhalten sich quasi komplett verändert hat. Elias kann inzwischen sich sehr gut verbal äußern, er kann inzwischen mit den Arbeitsmaterialien gut umgehen. Was die Mutter immer wieder sehr betont, was man auch wirklich sehen kann, dieses Abtauchen in seine autistische Welt ist deutlich reduziert. Er kann jetzt immer wieder leicht zurückgeholt werden. Es ist ja für Kinder ganz normal, in Interaktion zu sein. Und andere Kinder sind automatisch den ganzen Tag mit ihren Eltern oder mit Geschwistern oder mit Spielkameraden in Interaktion. Das ist bei autistischen Kindern anders. Deshalb ist es wichtig, dass eine intensive Förderung gemacht wird. Und bei Elias war das so, dass er 30 Stunden quasi in der Woche Therapie, aber die Therapie ist eigentlich Interaktion hatte. Also Interaktionstraining kann man das auch nennen. Man konnte auch deutlich wahrnehmen, dass er auch Menschen viel bewusster wahrgenommen hat und auch tatsächlich Spaß gefunden hat daran, mit anderen Zeit zu verbringen oder auch zu spielen. Also mein Ratschlag an die Eltern mit einem autistischen Kind wäre, nicht aufzugeben, dran zu bleiben am Kind. Und auch wenn es mühselig ist und Zeit beansprucht, aber immer versuchen, gemeinsam Zeit zu verbringen, Spaß zu haben, rauszubekommen, was das Kind interessiert, womit man es locken kann. Also ich habe natürlich sehr viel durch die intensive Zusammenarbeit noch mal sehr viel über Autismus gelernt. Und ich hatte auch ein paar Vorurteile vorher gegen so eine intensive Therapie. Und ich habe gelernt, dass das für viele Kinder wirklich sehr, sehr hilfreich ist und die Entwicklung sehr positiv beeinflussen kann. Und bei Elias ist das, Elias ist halt ein sehr schönes Beispiel dafür. Der hat sich halt sehr positiv entwickelt. Das war im Dezember 2006, als bei Erik früh kindlicher Autismus diagnostiziert war. Er war zwei Jahre, fünf Monate alt. Alle Kennzeichen waren da. In dieser Zeit konnte Erik nicht sprechen, keine Laute sogar. Spielen mit ihm war unmöglich. In Hamburg wurde uns zwei Stunden Therapie in der Woche empfohlen. Und das haben wir gedacht, das kann nicht sein. So wenig, das geht nicht. Erik war in dieser Zeit, wie gesagt, sehr, sehr betroffen. Und wir wollten was machen. Durch zwei andere Familien aus Hamburg haben wir gehört, dass es ein Elterntraining gab. Und wir haben gedacht, mein Gott, das wollen wir. Wir wollen wissen, was wir mit unserem Kind machen können. Mein Kind ist jetzt 13 Jahre alt. In diesem Moment kann ich sagen, dass wir mit Autismus ganz natürlich leben. Ist natürlich nicht einfach. Aber heutzutage habe ich ein Kind. Er besucht Gymnasium, siebte Klasse. Er kann nicht nur Deutsch, er kann auch Spanisch. Das ist auch sehr lustig, weil manchmal sagt er mir, Mama, weißt du, warum ich dieses Wort nicht so gut sage? Warum, Erik? Das habe ich von dir gelernt. Und ich sage, mein Gott, ja. Ich bin Spanierin, man kann merken. Und bleibe ich stolz natürlich auf ihn. Und hier gibt es sogar eine extra Straße, die gar nicht existiert. Und ein erfundener Fluss, Raupenkanal. Wir genießen auch viele Stärken von Erik. Erik ist zum Beispiel sehr gut bei Mathematik, bei Technik, beim Malen, beim Kleinigkeitenentdecken. Er hat ein unglaubliches, gutes Gedächtnis. Manchmal denken wir, dass er auch hier ein Navi hat. Er weiß immer ganz genau, wo alle Sachen sind. Wenn ich von Musik oder so rede, Musik und Mathematik, natürlich sind sie sehr in Verbindung. Ich kann sehr gutes Schlagzeug spielen. So, wichtig. Frühförderung. Frühe Diagnose. Manchmal kommt in Deutschland sehr spät. Und die Frühförderung ist so wichtig, je früher, desto mehr Chance. Wenn jemand mich fragt, was kann ich machen? Gib mir einen Tipp. Ich würde immer alle Eltern sagen, sich informieren, sich ausbilden, sich einbringen. Einbringen. Musik Musik Untertitelung des ZDF, 2020